So, was geht Leute, wir sind bei V-Prime. Wir machen ICOC-Vermische. That's what's up, EOG Gerardo Sanchez und so. Und seine geile Baller-Mulle. That's what's up, ja. GVNP Exclusive. Jungs, was los? Ey, hör mal zu, du wirst sterben, ja, dass du davor eben am Rila warst und unsere Leute verfolgt hast. Hau rein. Ach, scheiß drauf, Digga. Wenigstens muss er neu was da ziehen. Immerhin das. Ach, hier ist er ja. Gucken Sie, vor uns direkt full für Organisation. Full, full, full. Die wollen mich abknallen, kurz vor Wändeloch. Maskiert mit Schutzwesten, die laufen alle hier rein gerade. Dafür, dass so frech was gegenüber von mir ist, schiebst du jetzt. Guck, guck. Was schießt du auf mich, Digga, du dumme Fotze, Digga? Ja! Warum hört man nicht auf mich? Warum hört man nicht auf mich? Ich muss ziehen, 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 ich muss ziehen. Mach die Türchen auf. Boah. Ist doch der Fahrer. Sag mal. Ich hab mal nach oben gebetet. Raunder, was stimmt mit dir nicht, Junge? Das ist nicht mal Reifen, das ist kein Motor, nix. Verpiss dich. Wir streiten nach, Junge. Ja, die denken nach. Ach so, okay, verdammt nochmal. Scheiße, okay, das ist dann scheiße. Ja. Hey, aber guck da. Hey, 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 alles gut, alles gut. Es war fe... Hey, Ume! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Uah! 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 Was geht's hier ab? Ah! Uah! Was geht's hier ab? Uah! Ah! Hey, 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 alles gut, Mann. Schönen mal. Man fragt, geht's doch erst mal, was ist irgendwo los? Hallo, ich bin noch der Einwandbericht, oder ist... ...dor war ich? Wollt ihr auch schreckt. Wo genau bei... Ey, ich bin tot. Ey, Casino, Casino-Straße, ich... Erzähl mal, was hast du denn für eine Strafe bekommen, McCullens? Ich bin dir keine Antwort schuldig. Du sollst auch uns sagen, McCullens, oder nicht? Okay, McCullens, erzähl dir jetzt mal. Erzähl mal. Was soll ich dir erzählen? Was hast du denn für eine Strafe bekommen? Oh, mal gucken, ob die Dirt auch noch heftig aussieht, wenn sie eine Kugel in der Fresse hat. Selbst dann sieht die schöner aus als du. Meinst du? Ja. Oh, jetzt muss ich mal wieder zeigen, wie groß ein Schwanz ist, oder? Ja. Dampf, Donny, Dampf. Ja, der hat nur Inwuchs, der Typ, nix mehr. Also. Let's go! Prost, komm! So, gucken wir mal einmal nach vorne, einmal nach hinten. Ich zünde dich an, Mike. Nein, verpiss dich. Ich zünde dich an, oder du zündest mich an, Digga. Ah, 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 ich sterbe, ich sterbe, ich kann nicht weg, ich kann mich verwegen. Hä, ich kann mich verwegen. Digga, was sollst du denn jetzt? Hallo, die Dame, sind sie suizidgefährdet? Was bist du? Die Dame, sind sie suizidgefährdet, hallo. Nein. Was? Nein. Aber bitte beschreibst du Hundebein. Ich bin auch tot. Machen sie den Mund mal auf. Ja, aah. Wie war nochmal ihr Name? Rivera. Ah, ja, genau. So, warten sie, machen sie den Mund auf. Ah, 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 ah. Oh, 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 ist negativ. Oh. Wunderbar, haben sie ja nochmal Glück gehabt. Ja, alles gut, schön mal in deinem Leben, Junge. Ich höre dich, natürlich. Ich habe gerade einen Fokus wegen Autofahren, oder nicht? Was ist diese Musik? Die nervt voll. Ja, dann mach Radio aus, Mann. Oder soll ich für dich machen? Da ist kein Händel. Du musst, Bruder, du musst. Geht bei mir, geht immer wieder an. Danke dir. Dann hast du ja danke, Alter, in Schnauze. Ah, ruf Mediziner! Hey, verzieh dich bitte. Ey, meinst du willst einen Twister? Boah, Digga, Twister. Ich will deinen Twister. Okay. Jackson, du bist ein Blabber. Ich will deinen Twister. Oh, jetzt weiß es jeder. Jetzt weiß es jeder, Jackson. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ich will diese Parasiten. Wir kommen einfach aus dem Nächster. Lass das erwarten, du wolltest gerade einfach nur vor allem gehen. Auf einmal kommt aus dem Nichts im Paletto, ja. Ohne einen Schuss wechseln, kommt die Fitna und fick dich. Weil wir sind Fitna. Was ist denn los mit dem Schuss wechseln? Langfach mit dem Schuss. Wird gesagt, mit Streife hält es schon rein, Digga. Einer liegt hier schon. Jugula. Da läuft einer weg mit einer Leiche. Ist runtergefallen. Auf dich. Und doch irgendwie TV's oder so. Mal stehen bleiben. Hey, der Pedile hat mich gecallt. Ich hab sie nicht gecallt und ich hab gesagt, sie soll nicht auch schießen, sag nur 11.90. Ja, die haben mich gecallt, Digga, Idioten, Alter. Ja, die haben einfach losgeknallt. Ich hab gesagt, er soll stehen bleiben. Er sagt, ich hab ihn gecallt, haben losgeschossen. Und der ist im Dauerfeld gewesen. Ja, aber du weißt, was zwischen uns lief. Was denn? Ja, das weißt du ganz genau. Ja, aber was lief denn so zwischen uns? Ja, du, wir haben uns öfters getroffen, auch beim LSC und du weißt, was du mir da gesagt hast. Und ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich mach das halt richtig traurig gerade. Okay. Und was hab ich dir da gesagt? Ja, dass du für immer nur mich lieben wirst. Ach ja, na. Magst du mal runterkommen? Ich bin gar nicht IC. Ja, magst du kommen? Hm, nee. Ich sitze ja hier im Stream noch mit meiner Freundin. Ja, ich werd hier jetzt auf jeden Fall noch ein Stündchen stehen. Wie? Dicker Mulle, halt mal's schlabel jetzt, reicht's. Ja, also, das macht mich fix und fertig. Ich lege auch viel. Oh, bevor du abkratzt, ja? Ich hab dich lieb, das war alles nur Spaß. Möchten Sie jetzt noch was dazu sagen, oder? Also, was zu was sagen? Hör mal zu, Kollege, ne? Ja. Du brauchst uns hier nicht verarschen, du entschuldigst dich jetzt bei der Dame. Okay. Und für jede Minute, die vergeht, bis die Entschuldigung kommt, wird einer von deinen Kompanos, ne? Die Teil eurer Fitnerbande sind. Werben. Ich hab eine Frage. Läuft. Keine Fragen dabei, Uwe, entschuldige dich jetzt, komm. Du bist nicht in der Position hier, Fragen zu stellen, entschuldige dich jetzt. Haben Sie Ort für das Höschen. Entschuldige dich. Oh nein. Ich bin dabei. Uwe, willst du sterben? Jetzt frag dich, ich fahrt, na? Ich hab dich jetzt. Ich will gerade lieber. Entschuldige dich jetzt hier. Nimm dich mal mit, na? Ja, lass sie, lass sie, scheiß drauf. Ich sag denen, die sollen sich verpissen. Verdammt, auch mal was? Okay, 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 wir reden, wir reden. Wir reden, freut mich durch ihr Leid, verdammt nochmal. Ja, dann wird es Zeit, dass du redest. Entschuldige dich. Ich möchte eine aufrichtige Entschuldigung geben. Okay, ich entschuldige dich, dafür, dass ich Feminist bin. Mich ins Lächerliche ziehen. Ja, ich hab mich doch noch für entschuldigt, dass ich Feminist bin. Ja, Uwe. Okay, 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 okay. Scheiße, ich bin abgetan. Okay, 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 warte. Fertig, weg mit dir. Ja, der Auffang. Ja, 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 ich bin genau Bruder, ich bin genau Bruder, ja. Ey. Komm, schick mir jetzt mal ein neues Time. Kommt noch vorbei, ich weiß, was du brauchst. Kommt noch zu mir, ich halte dich fest. Ich lasse dich los, halte dich tight. Schick mir dein Zweifel über FaceTime. Kommt noch vorbei, ich weiß, was du brauchst. Kommt noch zu mir, ich halte dich fest. Ich lasse dich los, halte dich tight. Schick mir dein Zweifel über FaceTime. Kommt noch vorbei, ich weiß, was du brauchst. Kommt noch zu mir, ich halte dich fest. Ich lasse dich los, halte dich tight. Schick mir dein Zweifel über FaceTime. Kommt noch vorbei, ich weiß, was du brauchst. Kommt noch zu mir, ich halte dich fest. Ich lasse dich los.